hallo ihr lieben heute ist wieder sonntag und es kommt ein neues video von mir und ich habe mich diesmal wieder fürs acrylic puring entschieden ich finde das ergebnis wirklich gut geworden und ich glaube so langsam fange ich an da den dreh auch so ein bisschen raus zu bekommen und habe ja nur auch einige bilder schon gemacht also es gab mal mehr die mir gefallen haben und manche haben ja halt weniger gefallen es war jetzt glaube ich nur ein zwei wo ich dann dachte okay das muss ich noch mal neu machen also das habe ich dann übermalt oder übergossen und dadurch war das dann schon nicht einfach aber ich glaube diesmal hatte ich jetzt wirklich echt ein schönes ergebnis und hatte auch diesmal das weiß muss ich ja immer selbst so ein bisschen von der flüssigkeit her anmischen mit einem fluid oder mit medium dieses weiß dann also dieses fluid und das medium sind nehmen halt die farbe nicht raus sondern sie machen halt nur ein stück weit die flüssigkeit der farbe halt dann möglich und neben dadurch jetzt wenn ich jetzt zum beispiel bei mir rot rein machen würde wird deswegen nicht ein rosa draus werden zum beispiel also das meine ich damit ne und hier habe ich jetzt wieder einige farben ich hatte die von der karin jittenmeyer und das in die ideen mit herz falls euch das irgendwas sagt oder so ich finde die qualität von denen immer sehr sehr gut und hatte jetzt aber mit den farben jetzt selbst noch nicht gar nicht so viel gemacht und war jetzt also ein bisschen gespannt es ist sehr sehr angenehm flüssig halt auch schon von der farbe her und also weil es eben auch schon ein stück weit vorgemischt ist es war halt nur das weiß was nicht vorgemischt war weil hatte ich nicht mehr da und was aber auch okay ist auch das muss ich ja üben und möchte das üben damit es halt einfach auch irgendwann ein bisschen besser wird und habe mich dann so ein stück weit auf die gelb rot beige töne konzentriert und ja also dadurch finde ich glaube ich ist das ergebnis wirklich schön geworden und ich mache jetzt neben den normalen farben deswegen habe ich die auch in den kleinen bechern drin silikonöl mit rein was für die zellbildung zuständig ist ich habe auch diesmal ein kleines bisschen mehr reingemacht weil ich das gefühl hatte ich habe die letzten male einen kleinen wenig zu wenig reingemacht und nur mische ich jetzt noch mal kräftig durch auch das glaube ich habe ich vielleicht beim letzten mal nicht ganz so schön hinbekommen ich bin da vielleicht auch von der geduld her ja nicht so gesegnet und macht dann halt eben auch mal zu wenig das musste ich halt auch beim epoxy tarz zum beispiel lernen auch jetzt bei hydro flow und raisin das sind halt sachen die kommen mit der zeit auch eine technik wie muss ich zum beispiel rühren beim epoxy tarz ich hatte jetzt nie irgendwie dass das nicht funktioniert hat aber ich hatte manchmal das gefühl okay ich habe jetzt total blöd das ganze war mischt und hat vielleicht länger gedauert als ich es vielleicht hätte machen müssen weil ich einfach nicht richtig gerührt habe und dementsprechend glaube ich habe ich diesmal besser den dreh raus ich habe diesmal übrigens auch bei dem video nichts raus geschnitten ich habe es wirklich so genommen wie es ist und habe nur die geschwindigkeit ein klein wenig schneller gemacht weil sonst wären es über 20 minuten gewesen und ich möchte euch da jetzt einfach gar nicht so viel zeit klauen und ihr seht trotzdem denke ich alles was ich mache und habe jetzt eben auch meine lieblingsmethode genutzt eben diese so ein flip cup wo man wo ich dann immer die farben schichte und dann auf der leinwand umdrehen ich persönlich finde das für mich wirklich die schönste methode möchte natürlich auch noch mal andere methoden ausprobieren ich wollte zum beispiel eben auch dieses das ist so eine art sieb ich kenne so ein sieb eigentlich nur wenn ich irgendwie in der badewanne so ein sieb rein mache um die haare aufzufangen ich hoffe ihr wisst was ich meine und da habe ich schon mal ein video von gemacht da war ich aber so ein bisschen glaube ich noch nicht bereit dafür und deswegen glaube ich möchte ich das schon gerne auch noch mal ausprobieren und ich habe etliches gesehen es gibt eine youtuberin falls ich daran denke verlinke ich euch die auch die macht so so schöne sachen soweit bin ich noch lange nicht um das mal auszuprobieren die hat auch unglaublich tolle blumen effekte die sie da hinbekommt dann macht sie auch viel mit so einem kugelkettchen so eine split cups also wo mehrere kammern in dem becher drin sind und diese dann zusammen führt also es gibt so geile sachen die ihr da mit diesem acrylic pouring auch machen könnt wie gesagt ich hoffe ich vergesse es gleich nicht falls jemand das sonst gerne sehen möchte und ich es vergessen haben sollte bitte in die kommentare reinschreiben das liefere ich sofort nach und ja ansonsten ich auch jetzt höre ich in dem moment ja dann wieder hörbuch und deswegen vertone ich es nach also nehmt es mir nicht übel wenn ich nicht live spreche ich habe noch ein anderes video was ich glaube ich nächste woche hochlade da mache ich trockenblumen da spreche ich dann auch wieder live und weil ich da so konzentriert bleiben musste dass ich halt keine chance hatte mit dem hörbuch mich dazu entspannen ich wollte das einfach selber so ein bisschen mehr konzentrierter musste ich da halt auch zuhören meist nach dem video gemacht habe auch dieses video werde ich euch dann beim nächsten mal natürlich logischerweise mit verlinken wenn ich das mache und genau aber ihr seht schon meine farben hier beim acrylic pouring ich mag ja das schichten schon immer total geil also es ist falls ihr das noch nicht ausprobiert hat probiert gerne aus ich mache es so gerne und ich glaube ich habe auch diesmal die richtige menge an farbe genommen ich bin kein fan von zu viel farbe muss ich fairerweise dazu sagen ich glaube ganz viele nehmen lieber mehr als zu wenig mir tut die farbe dann immer so ein bisschen leid ich bin kein mensch der verschwendet ich bin eher auf nachhaltigkeit gerade so ein bisschen eingetrimmt versucht mich dann mehr bereichen da einfach so ein bisschen zu ändern bestimmte sachen eben nicht mehr so zu machen sondern anders vielleicht und also dadurch versteht ihr mich hoffentlich vielleicht so ein bisschen ich bin noch am anfang was nachhaltigkeit angeht und wer da bestimmt auch noch vieles vieles lernen müssen aber ich finde auch kleine sachen sind so wichtig und genau ja hier seht ihr ich habe ja immer so eine folie in dem karton drin ich finde den karton macht sich wirklich ganz gut ich kann den karton an jede ecke in meiner wohnung stellen und habe so kleine plastik schnapps gläser die ich dann wo ich dann immer die leinwand drauf mache was sich wirklich schön macht also ihr solltet da halt so ein bisschen für euch schauen habt ihr die möglichkeit wo ihr bastelt dass ihr das dort stehen lassen könnt ich habe die möglichkeit jetzt nicht das heißt ich nehme das was ich gebastelt habe eben und stellt halt auch woanders hin gerade weil ich ja doch mit filme ich möchte euch ja so halbwegs wesentlich anständige positionen geben ich habe ja so ein bisschen mein blickwinkel jetzt auch geändert wenn ich meine videos mache bin noch nicht hundertprozentig zufrieden aber es wird ja hier habe ich jetzt diesen becher auf die leinwand gemacht und dann umgedreht jetzt lasse ich das so ein bisschen runter laufen während ich es runter laufen lasse und dann auf verteile möchte ich auch auf jeden fall erst mal danke sagen dass ich so viele abonnenten jetzt gerade auch dazu bekommen habe vielen vielen dank der eine wird vielleicht wegen der musik gekommen sein ich lade ja immer sonntags einmal bastel video hoch und einmal musik wo ich halt bei bands gewesen bin und egal weswegen jemand auf abonnieren geklickt hat vielen vielen dank von herzen und ich freue mich über jeden einzelnen ich freue mich über jeden einzelnen kommentar jede frage jeden daumen nach oben der kommt und es ist alles keine pflicht ich mache es nicht beruflich ich bekomme dafür kein geld und also alles was ich hier mache mache ich weil ich spaß daran habe und wie sage ich immer so schön mit film schafft man erinnerungen und das habe ich eben auch mit der musik wenn ich dort die bands filme dann ist das für mich erinnerungen schaffen und daran auch mal zurückgreifen zu können wenn man vielleicht traurig ist und ja also dadurch vielen vielen dank ja ihr seht schon ich finde das ergebnis toll also das ist das hat so eine schöne mischung ich weiß nicht es gibt glaube ich auch so eine wetter karten oder wärme karten glaube ich die so in die richtung gehen ich finde das ergebnis auf jeden fall so schön geworden und habe es auch diesmal geschafft daran zu denken mit einem feuerzeug oder ich weiß nicht mit so einem bunnen brenner das ganze dann noch mal zu schauen dass da jetzt die zellen sich noch ein bisschen raus bilden es ist jetzt nicht so wie bei der anderen youtuberin dass da plop 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 alle zellen dann da sind aber ich finde schon den effekt schon sehr schön und macht sich auch bemerkbar wenn man das mit zum feuerzeug dann noch mal hinterher geht und ja wie gesagt ich finde das ergebnis sehr schön geworden schreibt mir gerne rein wie ihr es findet was er euch vielleicht auch gerne wünscht ich habe noch ein video was ich aber irgendwie ich glaube da habe ich ausnahmsweise mal hemmung das hochzuladen weil es ist nicht schön geworden es hat spaß gemacht aber es ist nicht schön geworden ich hoffe ihr wisst was ich meine vielleicht lade ich noch hoch und ja ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen sonntag ich hoffe ihr genießt es und wir sehen uns nächste woche bis dann